Ich will heute mal was Neues probieren und zwar so ein bisschen so ein Reaction-Format machen, denn ich habe letztens, als ich ein Video hochgeladen habe, gesehen, dass der Jalzin oder Alice Efe hier so ein Video gemacht hat, I was wrong about making bass mono, outdated music production tips, dann gehen wir mal direkt rein. Let's try this. Which of the following do you think is true? Okay. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, sagt er oder sie, du machst Sachen falsch, das ist alles veraltetes Wissen. Okay, weiter geht's. Go through them all. Make your bass always mono. This is one of the most outdated tips ever. Do it just on my own track. What do you think about this low end? And now. Nobody could tell me that a mono version of the sound is better. Let's try something else. Ich habe das Video heute Morgen mit meiner Freundin geguckt und sie hat gesagt, sie hat keinen Unterschied hören können. Also, auch die Beispiele, die Alice hier wählt, sind irgendwie so ein bisschen schwammig, ehrlich gesagt. I think it's day and night difference. The updated version of this tip should be anything below 60 hertz probably should be mono. Und das ist ja auch das, was jeder sagt. Das ist ja auch genau das, was jeder sagt. Und das, was mein Problem halt ist mit solchen Videos, vor allem, wenn das solche Thumbnails hat mit Oh mein Gott, Schock, es war falsch, I was wrong, das ist alles veraltet. Und noch viel, viel schlimmer wird es tatsächlich in diesem Video hier. Der Typ von Cable Guys nennt das einfach einen Mythos. Ich finde das immer so interessant, die Überspitzen, das Statement, was ja ganz klar dafür da ist, Anfängern zu helfen, einen druckvolleren Bass zu machen. Allein dafür ist das da. Kein Mensch sagt, dass immer, immer, immer alles mono sein soll. Sondern, das habe ich ja auch in meinem anderen Video hier gesagt, nee, warte, hier. Dass, es geht ja darum, ob das auch über ein Clubsystem läuft, wo eben sehr oft alles mono-kompatibel sein soll. Oder ob man Kopfhörermusik hört. Und das macht ja den einzigen Unterschied. Das ist die Frage danach, worauf es ankommt, ob man Bass-Mono braucht. Der Typ hier fängt jetzt an, über irgendwas mit analog und, nee, analog und, und digital zu reden. Das finde ich, das finde ich mit am beschissensten, was er hier sagt. So nach dem Motto, schaut ruhig selber mal nach bei Popsongs oder bei irgendeiner Musik, sagt er ja, ne, Popular Songs, also bei irgendwas. Schaut einfach mal nach und dann werdet ihr sehen, sie haben euch angelogen. Also ihr merkt schon, ich habe auch ein persönliches Problem damit, weil natürlich diese Content-Creator hier uns diskreditieren. Leute, die versuchen, Anfängern etwas verständlich zu machen. Und es ist vollkommen klar, dass man bei Musik nicht von klaren Schwarz-Weiß-Wahrheit und Nicht-Wahrheit reden kann. Weil alles kommt natürlich darauf an. Deswegen finde ich das so blöd, dass er hier das mit Popular Songs sagt. Er hätte eigentlich sagen müssen, check the mid and side of club music. Ganz einfach. Musik, die über Clubsysteme läuft. Und da hätte man nämlich dann gesehen, dass das Statement überhaupt kein Mythos ist, sondern dass das tatsächlich natürlich stimmt. Ich verstehe natürlich komplett, warum diese Creator auf sowas eingehen. Denn ich selber, wenn ich bei meinen Suchtrends gucke auf meinem Kanal, ist das hier immer bei den Top-Suchern fragen. How to make Subbass. How to mix 808 in Subbass. Auch der Jonas von Recording Blog macht hier Bassprobleme im Studio. Dann sehe ich hier Content-Lücken für Kurzvideos. Booster-Sub, Bass-Frequency, dann auch noch hier Top-Suchern fragen Subbass, Ableton Subbass. Also es ist wirklich, man könnte sagen, es ist das Thema, was alle gerne haben möchten. Und natürlich braucht man da immer so ein bisschen dieses Spicy, irgendwas Interessantes, muss man sagen. Und deswegen kommt dann so eine Alice dann an und sagt, Bass-Mono ist falsch. Und das soll dann natürlich der Catcher sein zum Draufklicken. Und was ich so schade daran finde, ist, Alice hat das gar nicht nötig, weil sie hat schon hier ein unfassbar gutes Tutorial darüber gemacht. The Biggest Misunderstanding About Bass. Was ich ein verdammt gutes Video finde, weil sie darin sagt, eben, dass man an den richtigen Stellen Mono oder Stereo unterscheiden sollte. Also dieses Video kann ich euch sehr empfehlen. Aber das hier finde ich so Rotze und so ein Clickbait. Ja, das wollte ich einfach nur kurz mal einmal erwähnt haben. Vor allem, weil ... Liss, try this. Ups, sorry. Weil er oder sie sagt halt hier irgendwie, das sind outdated Tricks, das ist voll überholt und alles. Und sagt dann aber im nächsten Tipp nach diesen schlechten Beispielen, naja gut, okay, aber eigentlich ist es ja wahr, halt unter 60 jetzt. Also es ist so ein bisschen so, als würde man sagen, alles falsch, war alles nicht richtig, aber im Grunde ist ein Teil davon wahr und ja, fand ich ein bisschen schwach. Und das ist dann der Aufhänger von diesem ganzen Video. In dem Rest sind wahrscheinlich gute Production-Tipps drin, ich habe es mir nicht zu Ende angeguckt. Aber es ist einfach irgendwo sehr schade, dass man dieses Thema immer wiederholen muss, weil am Ende des Tages verwirren diese Content-Creator einfach jeden Anfänger damit. Weil ein Anfänger weiß noch nicht so ganz, okay, wann mache ich den was jetzt Mono, wann nicht. Und da wird immer wieder einfach mitgespielt. Und das finde ich einfach falsch. Das wollte ich einfach nur kurz einmal gesagt haben. Ich hoffe, das kam jetzt nicht zu böse rüber.